Moin, ich bin Jens vom Kanal Move Electric und ich möchte unbedingt am E-Tenball teilnehmen und ich werde das Ding gewinnen. Ich kann mich nur nicht entscheiden, mit welchem Auto. Mit der Zoe 150 Kilometer Reichweite oder mit dem Tesla 350 Kilometer Reichweite. Und deswegen lasse ich jetzt das so entscheiden. Auf die Plätze, fertig, los!